Voll viele mögen das nicht Naja 2 Raus geht der Kuss Metal, Leute Servus Kennst du ihn? Ästhetisch, sag ich mal optisch Weiß nicht, also Ist ja dein Typ, deutscher, braune Haare Nicht so mein Typ Warum nicht? Was stört dich an ihm? Also was ist jetzt Was ist jetzt nicht dein Typ, sag ich mal Da dran Es catcht mich jetzt einfach nicht so Mhm, okay Ist aber ein sehr, sehr erfolgreicher Streamer tatsächlich Okay Hast du schon mal gehört? Nein Ohnein herzliches Willkommen Moment Was ist jetzt gleich Scheiße, Mann Oh mein Gott Telefon zuhause klingelt Mhm Und dann ist Schuldirektor dran Ihr Sohn hat sich wieder mit einem geschlagen Immer, immer Gerade deine Mutter gefragt ob ich hier übernachten kann Aber sie meintet ja, Alter Das ist Taddle, kennst du den? Kollege von mir Das ist ein Taddle Was? Du hast Taddle? Das ist Taddle von früher, das ist Taddle jetzt Nein Doch Echt? Ja Findest du das schlimm? Nein, aber ich Ist doch heiß Was hat er mit seinen Zähnen gemacht? Die sind mit so Aufsatzern Ich dachte, er hat sich das so abschleifen lassen Nee, das sind nur so Aufsätze Ja Oh oh Ich krieg den denn niemals Hier, hier, hier Hier, hier, hier Ja, hier, hier Ja, hier, hier Ja, hier, hier Achtung Ach nein Boah Hörse klasse War das Logan Paul? Oder? Hier, hier Hier, hier Ja, ne? Hörse klasse Hier ist sein Bruder nochmal Logan Paul Im Arm Die Tür Hurensohn, wer jemals einen Anglerhut getragen hat Ich hab auch einen. Du hast auch einen Anglerhut? Ja. Du Hurensohn. Digga, ich bin dieses B, H, D, wo sind dieses ja die ganzen Mücken und so. Hä? Behindert heißt das. Achso, ah ok. Ne, echt so. True. Ne? Also erster. Welchen nimmst du? Der hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geiles Ding rausgesucht. Spongebob besuchen gar keinen Bock. Oh nein Digga. Oh nein Digga. Oh nein Digga. Oh nein Digga. Kennst du den Clip? Nein. Achtung. Oh. Der ist gestorben darin tatsächlich, ne? Ah Spaß, hat er überlebt, ne? Vanished einfach. Minecraft Vanished. Einer schreibt in meinem Zimmer. Bei wegen, wo die Mücken alle hin sind. Bei mir sind gar keine, wir haben so Fliegen getan. Ja, du bist ja auch ziemlich reich. Nein. Ich versuche während der Fahrt zu schlafen meine Freunde. Warst du mal die Person, die dann geschlafen hat oder die dann so einen Scheiß gemacht hat? Ich war die Person, die immer Scheiße gemacht hat. Am Ausrasten. Oh. Weil wir alles besser machen. Aber eben habe ich auch einfach, als ihr da rumgeschrien habt, einfach geschlafen. Ja. Also ich habe mich einfach eben hingelegt und geschlafen. Ja. Und ihr habt einfach weitergelabert und rumgeschrien. Das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Oh. Alter. Alter. 4 Millionen Äpfel. Findest du Äpfel lecker? Ja. Okay. Smalltalk läuft zwischen uns, oder? Jo. Okay. Hä? Das ist echt Leon. Hä? Er sieht halt einfach so aus. Was ist der? M-m. Neuer Gaming Stuhl. Den hatte ich früher auch geschaut. Das ist mit Android immer so 24 Stunden. Alter, der Gaming Stuhl ist krass. Was? 24 Stunden im IKEA Dings. Hast du gerade gesagt, dass du früher Leon Marcell geguckt hast? Nein, diese Videos, 24 Stunden, 24 Stunden, 24 Stunden, 24 Stunden. Im IKEA oder sonst. Und das hast du dir früher angeguckt? Ja. Ich wollte es nämlich auch mal machen. Was wolltest du machen? 24 Stunden im IKEA chillen. Äh, voll chillig oder nicht? Nein, das ist eine Straftat. Ja. Nein, ich wollte es niemals machen. War ein Spaß. Hä? Was willst du denn? 24 Stunden im IKEA? Da gibt es nicht mehr was zu essen. Ich bin voll entspannt. Dann nimmst du was mit. Was mitnehmen? Du kannst im IKEA nicht mal kacken. Diese ganzen Toiletten haben einfach so ein Ding drauf, dass man da nicht hinpissen darf und kacken kann. Weißt du was? Was denn? Was? Hast du nen T? Was steht da? Kannst du lesen? Nein, da ist T... Punkt, Punkt, Punkt. Was? Hast du nen T... Äh, Gina. Er hat... Egal. Gina? Ja? Sollen wir weitermachen, oder? Ja. Alles klar. Wer ist die Horte neben Gina? Das bin ich, danke. Kaffi, Kylo. Stopp, stopp, stopp. Oh, Kjell ist hier. Kennst du Kjell? Ja. Hat er dich auch schon angeschrieben? Nein. Nein? Der ist auch noch sehr jung. Aber der hat braune Haare und ist Deutsche. Ich hab meinen Traummann schon gefunden. Alles klar. Bist du auch? Ja. Du kommst aber nicht. Ohohoho. Alter. Oh, Thanos Cock. Boah, das war immer bei diesen Völkerball so. So geil. Und dann immer richtig draufhalten. Ich war dann voll gut. Den draufhalten oder draufgehalten bekommen? Nein, im Apfel. Ja. Auch Yen-Yang-Yang, Spitzname Andreas. Ich bei der Green Card. Da. 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 Du sagst, wenn jemand zu dir sagt, du siehst schwul oder lesbisch aus. Ey, das hab ich schon. Wie sieht denn jemand aus, der schwul oder lesbisch ist? Ne, hab ich nicht. Was? Das ist vom Cringe. Was? Ja, Fresse! Nein, nein. Ey, Leute, Mann. Ey, ich mach euch die Smarties kaputt. Viele, viele bunte Smarties. Fick dich. Okay. Bist du nicht, boi. Nicht nicht, nicht. Bist du nicht, nö. Bist du nicht, bist du nicht, shit boi. Okay.